Aber so ist das halt im Leben. So, jetzt haben wir dann das. Oh, hm, ja. Da ist nochmal eins. Ach nein. Ach doch. Das wird hier einmal komplett weggemacht. Weil das ist ja quasi der Mittel... Moment, ich gehe das lieber nochmal nachgucken. Äh, nee. Der muss genauso aufgebaut werden. Eins, zwei, drei. Da kommt hier nur einer weg. So. Jetzt muss ich natürlich hier noch ein bisschen meines Amtes walten. Und dann ist natürlich die Frage, langen uns jetzt dann... Äh, ja, langt genau. Das ist schön. Ähm, du und du. Dafür der. Und das. Äh, da. 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 Dann bauen wir mal schnell den hier rein. Und da hauen wir die Stufen mit dran. Stufen machen wir da. So. Und weiter nach oben. Eins, zwei... Drei, vier und fünf. Das ist irgendwie eine tolle Melodie. Mag ich. Dort gefällt mir. So, dann nochmal ein Erdpromsey. Ähm, Erdpromsey. So, Erdpromsey ist weg. Haben gleich wieder den nächsten freien Platz. Was gut ist. So, dann der hingepflanscht. Sehr schön. Hätten wir das. Ähm, warte mal. Wenn ich schon mal hier oben bin... Komme ich doch bestimmt bis da rüber, oder? Na, mit dem Einsammeln wird das eher nix. Äh, eins, zwei, drei. Und zacki. Eins, zwei, drei. Zacki. Eins, zwei, drei. Okay. So, Junge, Junge, Junge. So. Finten Tisch. Hm. Na doch. Das kannst du, glaube ich, so lassen und so anbieten. So auf der Art und Weise. Jetzt schaue ich aber trotzdem nochmal an der Vorderseite. Denn ich glaube, da haben wir ja so eine Doppelverstrebung, glaube ich, mit reingemacht. Wenn ich mich da jetzt nicht täuschen tun tue. Gucken wir mal. Ja, genau. Da haben wir eine Doppelverstrebung reingemacht. Den müssen wir natürlich... Hilft ja nix. So. Das heißt, das beginnt... Ach nee, das muss ja dann auch bis runter. Auf... ...die Höhe hier. Äh. Eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn man da, wo diese Mittelverstrebungen sind, so ein Ring lang... Das wäre dann, glaube ich, wieder too much in einem Gebäude, wenn man das auch noch mit reinnimmt. Ach, hey. Blum, 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 blum. Ich hoffe mal, wir haben noch was. Ja. Und dann die hier. Das sind jetzt wahrscheinlich dann alles die Stufen, die wir jetzt hier eingespart haben. Die verbrezen... Upsa, die verbrezen wir wieder. So, dann geht es hier weiter. So, ich schaffe mir jetzt erstmal hier irgendwas zum draufstehen. Das ist ja... ...Mumpitz. Oh nein, und genau jetzt wird es Nacht. Ähm, na gut. Hilft ja nix. Pennen müssen wir. Huch. So, und... Ja, wenn ich denn mal schlafen kann... ...dann kann ich nämlich auch was trinken. Und, äh... Gute Nacht. So, guten Morgen. Auf zum Endsport hier am... Ich hoffe, es ist der Endsport. Sicher bin ich mir da noch nicht. Ich habe mit dem Kopf an der Kante hängen geblieben. Ich hoffe mal, das Beste sei ich mal so. So. Eins. Zwei. Drei. Und dann der hier. So. Drei. Und nochmal. Das macht jetzt sogar platt, wenn die Steine reinfallen. Aber das macht schon immer, oder? Ich weiß nicht. Ich habe da, ehrlich gesagt, gar nicht so aktiv drauf geachtet. So, das hätten wir auch. Äh, welchen brauchen wir denn jetzt da noch? Ich glaube, zumindest mal den... Falsche Richtung. Den dort drüben. So, wie schaut es denn hier im Allgemeinen so aus? Der hier muss noch. Und zwar hier. Klonk. Irgendwie, glaube ich... Warte mal. Der da muss weg. Sieht eh kein Mensch. Oha. Obwohl, jetzt sieht es einer. Dann machen wir so. Passt. Warte. Da habe ich noch ein Fauxpas entdeckt. So. Soll ja alles ein bisschen authentisch wirken. Ach so, warte mal. Nach oben hin. Müssen wir auch. Okay. Aber das müssten wir von der Brücke aus hinkriegen, oder etwa nicht? Was ist da los? Eins, zwei, drei. Der da. Passt doch. Gut. Die sind durchgängig. Und hier muss ich noch. So. Wieder mal ein kleiner Tipp für die Praxis. Wenn ihr ihr Schiff drückt, dann bleibt ihr auf der Leiter genau dort stehen, wo ihr euch befindet. Funktioniert auch bei Lian. Ihr könnt aber leider nicht mehr runter. Aha. So. Äh, das haben wir. Dann machen wir jetzt eine kleine Bestandsaufnahme. Drum geht man niemals vorwärts Leitern runter. So. Haben wir. Haben wir? Haben wir. Der da drüben auch. Genau. So. Hier ist alles Paletti. Da ist alles Paletti. Dann. Wie schaut es hier aus? Oh. Den da drüben müssen wir noch. Dann schauen wir mal, wie es drüben noch aussieht. Den haben wir. Ja, dann glaube ich, fehlt uns nur noch dieser Doppelpfosten und dann sind wir durch. Sauber. Passt. Ähm. Hauen wir hier mal schnell rein. Äh. Und dann können wir das Thema Torhaus vorerst mal auf die Seite legen. Denn ich denke, eins, zwei, drei. Ich denke, die Tore, die machen wir dann ein andermal. Wir beschäftigen uns dann heute vielleicht nochmal mit dem, äh, Kuhbauern. Eins, zwei, drei. Um dort das Gehege mal anzulegen und eventuell dann die ein oder andere Kuh noch mit drüber zu bringen. Das wäre, glaube ich, heute mal ein gar nicht so verkehrter Ansatz, dass wir das noch machen. Eins, zwei, drei. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Wie gesagt, hier oben geht es dann demnächst weiter. Jetzt, äh, räume ich dann nur fix mein Inventar mal aus. Äh, da machen wir uns hier an der Baustelle direkt eine Baustellenkiste machen wir uns nicht, weil wir haben kein Material dabei. Das heißt, ähm, wir holen uns nochmal schnell ein bisschen Eichenholz und machen uns dann eine, äh, Kiste. Ach ja. Ich, äh, muss mal demnächst ein Experiment machen, was besser ist. Ein Block Kohle oder ein Eimer Lava, was länger brennt. Weil ein Block Kohle sind ja prinzipiell neun Kohle. Das heißt, da wären 64 plus 8. Äh, 72. Nochmal, nochmal ein. Ne, das reicht. Das reicht für zwei Doppelkisten. Äh, 72, äh, Einheiten von irgendwas müsste das ja brennen. Und ein Lava-Eimer, weiß ich nicht. Ein einzelner Eimer. Müsste man mal gucken. So, wer stört mich hier in meiner Aufnahme? Das, äh, äh, passt. Äh, ne Doppelkiste, hab ich gesagt. So. Pockedipock. So, da lasse ich jetzt einfach mal alles hier. Meinen Wassereimer natürlich nicht. Die Sticks auch nicht. Halt, Ersatzwerkzeuge auch nicht. Aber das ganze Zeug. Äh, ein bisschen Erde sollte ich mir vielleicht mitnehmen, falls ich terraformen muss. Man weiß ja nie. Und mein Bett nehme ich mit. So. Dann schauen wir mal nach oben. Wie denn das Gelände aussieht. Wo wir denn ungefähr unser Gehege für die Kühe hinbauen. Ähm, da ist die Frage, ob man dann vielleicht auch noch so einen kleinen Stall mit dazu bauen, wo dann ein paar Kühe drinstehen. Oder ob man so eine Kombi macht, wie damals beim alten Hühnerhaus. Ähm, quasi so ein überdachtes Ding, was mit einem Freigehege verbunden ist. Das könnte man ja auch machen. Oder man macht allgemein eine Scheune, wo der Bauer die Kühe reintreiben kann. Und hier dann noch so ein offenes Gelände. Das sehen wir dann alles. Jetzt müssen hier aber erstmal die Bäume weichen. Nicht wachsen. Weichen. Damit ich hier ein bisschen Überblick bekomme. Wieso stehen die überhaupt Bäume? Ach, die hatte ich hier angepflanzt für Materialien. Ich erinnere mich ja ganz dunkel an irgendwas. Naja, dunkel war es. Da hatte ich die Shader drin. Da war es nicht ganz so hell. Aber ich muss sagen, die Shader, prinzipiell, sie kamen mir nicht schlecht an. Dem einen war... Oh Gott. Dem einen war es ein bisschen zu hell an manchen Stellen, an anderen zu dunkel. Geht mir genauso. Äh, vor allem... Schrei mal hier nicht so rum. Äh, in Höhlen hat man halt das Problem, ne? Und, äh, apropos dunkel. Ich habe heute mal, ähm, eine Folge von Zombie geguckt. Die ist ja echt schweinedunkel. Also, da werde ich, glaube ich, ein bisschen öfters zukünftig mit Taschenlampen rumlaufen. Setzlinge einsammeln, ganz wichtig. Davon haben wir nämlich nicht allzu viel. Genauso wie jetzt von den, äh, schwarzen Eichen. Da haben wir auch nicht allzu viel. Da brauchen wir auch Setzlinge. Hallo? Gib. So. Dann können wir ja eigentlich dann hier dann den Zaun auch aus Schwarzeichen machen. Wird das schon wieder dunkel? Nee, es ist kurz nach Mittag. Hat das so ein dichtes Blattwerk? Ohne Witz. Das ist ja echt düsterig hier. So. Weiche, Blattwerk, Weiche. Ich hoffe mal, das war's. Oh, warte mal. Das da muss ich natürlich noch... ...aus der Zwölf hauen. Ach ja. Komisch, für das das, äh, vor einer Zeit lang so Anfragen waren, zwecks LPT in ARG und so, äh, ist da jetzt überhaupt keine Nachfrage mehr. Weil auf, äh, Facebook, da poste ich ja prinzipiell die ganzen Termine auch. Ähm, zum Lesen der Termine braucht man keinen Account, weil es öffentlich geteilt ist. Und zum Antworten, weil es gibt ja Leute, die haben gesagt, äh, hier, ich, äh, schreibe nicht so gerne über Facebook und bla und blub. Ähm, zum Schreiben, da kann man dann ja auch YouTube oder sonst was nutzen, weißt du? Also, wundert mich so ein bisschen. Oder, äh, ich meine, die Ferienzeit, beziehungsweise die Urlaubszeit, Haupturlaubszeit, die ist jetzt dann vorbei. Meine fängt ja erst nur an. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, es wundert mich halt ein bisschen. Naja, mal gucken. Ein bisschen hab ich den Server ja noch, vielleicht wird ja noch irgendwie was draus. So, sammeln, sammeln, sammeln. Hm, und da hinten die Birken. Also, Birke lässt ja, glaube ich, jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr schlecht fallen. Wenn ich gucke, wir haben jetzt zwölf Setzlinge aus, äh, nicht mal zwölf Bäumen. Was waren es denn vielleicht? Sieben? Acht, wenn es hochkommt? So, wir haben hier vier Schwarzeichen. Das heißt, wir brauchen hier mindestens 16 Setzlinge. Aber ich denke mal, das dürfte weniger problematisch sein, dass wir das hinkriegen. Hat mehr als genug Blätter, der Kumpel. Aha. So, was gibt's denn sonst so zu erzählen? Naja, in meinem Urlaub, aber das hab ich, glaube ich, schon, keine Ahnung, zwei, dreimal erzählt, ähm, wird mein Hauptaugenmerk projektmäßig auf der, äh, Tausender liegen. Weil, da hab ich echt noch einen ganzen Arsch voll zu tun, denn, ganz ehrlich, allzu viel hab ich noch nicht gemacht. Aha. So. So, ciao.